Schock für die Bewohner eines Apartments an der Baudonstraße in Freising. Aus noch ungeklärter Ursache war am Sonntag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Gegen 8 Uhr wurden zwei junge Männer im zweiten Obergeschoss des mehrstöckigen Wohnblocks an der Baudonstraße vom Qualm geweckt. Der Zimmerbrand hatte sich so weit ausgebreitet, dass ein Großteil des Einzimmer-Apartments bereits in Flammen stand. Die beiden Bewohner konnten gerade noch flüchten. Sie wurden mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Da der Rauch das Treppenhaus verqualmt hatte, mussten die anderen Mieter in ihren Wohnungen bleiben. 56 Mann der Feuerwehr Freising löschten den Brand in kurzer Zeit und setzten Lüfter ein, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden. Den ersten Ermittlungen der Kripo Erding zufolge dürfte das Feuer einem Bereich der Wohnung entstanden sein, in dem sich mehrere Elektrogeräte befanden. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert.